Keine Sorge, ich bin da, Freunde. Ich bin da. Lauft die mit dem Golfschläger rum? Ja, okay. Warte auf, Prost, Alter. Ich muss noch zwei Aktivitäten abschließen. Theoretisch wären es die zwei hier. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Weiße Haus. Und checken mal den Präsidenten ab, ey. Den Präsidenten treffen. Wo ist denn ein Oval Office oder was? Wir haben unglaubliche Fortschritte gemacht. Seit langem habe ich mich im Weißen Haus nicht mehr so sicher gefühlt. Der Keller wurde in eine Werkstatt umgewandelt. Mit allem, was man zur Metallbearbeitung braucht. Damit können die Handwerker und Techniker neue Ausrüstung herstellen. Ehre. Für die Agents stehen geborgene Waffen, Geräte und Werkzeuge bereit, um sie besser auszurüsten. Wir müssen bald mehr Leute einstellen, um unsere Waffenkammer zu organisieren. Das Shade-Netzwerk ist bald einsatzbereit. Hoffentlich können wir uns dann mit dem nationalen Netzwerk verbinden. Das Weiße Haus wird zu einer Art Leuchtfeuer der Hoffnung, statt zu einem Mahnmal, wie tief ihr gefallen sind. So. Vielen Dank. Sicher schlupfen. Echt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt euch den Damage an. Ich habe eine Waffe mit 2200 Damage. Warum? Ja, weil... Der war ja halt. Äh. Entschuldigung. Blunder verkaufen. Oh. Was war ein Blunder? Das hat mein Inventar aufgefüllt. Danke. Was? Ich will es noch nicht zurückverkaufen. Weil es ist behindert. Nach genau sowas habe ich gesucht. Genau was ich wollte. Ich bin einfach alles weg. Schildbar war nicht. Danach suche ich schon eine Weile. Genau was ich wollte. Das hatte noch gefehlt. Man muss sagen, die kostet auch nur 960. 10% Feuerrate. Okay, das ist nicht schlecht. Ach, die hat 660. Ah, die hat 660er Feuerrate. Aber ich weiß es nicht. Mit ihnen handele ich gerne, Agent. Ja. Mit Sicherheit. Aber das hat... Das hat ne krasse Unterschied von 1500 auf 2200. Hallo, Agent. Immer schön, Sie zu sehen. Das gleiche wie die da. 1750. Das war... Wie lang bleibt denn das Angebot? Na gut. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Dann gucken wir erstmal... Wo war jetzt nochmal das scheiß Ding? Zum Waffenherstellen. Nein, das ist... Schießstand? Wo waren die jetzt nochmal? Oder die halt. Ich glaube, hier. Das ist ja. Ja, geil. Nicht mehr zufrieden mit dem Haarsteller. Neues Tattoo-Gefächs. Das macht auch der Friseur. Alter, wo war denn nochmal... Ich kann mich erinnern? Ach, die haben die ganze Mauer eingerissen. Ich bin mir zu sehen. Müssen Sie was anfertigen? Werkbankverbessungen verfügbar. Überlegen. Ja, Verbessungen. Achso, überlegen. kostet tausend alter fünf waffenlehne aber ja die m4 die könnte dann auf 1 7 gehen könnte besser sein als die ak gewirr modell ja natürlich da war so schlauer hat natürlich auf die dinge so zwei wochen ihr kennt es wird wahrscheinlich da obwohl man muss lieber so ja es ist nicht die beste mp aber naja zufälliger bonus zu viel talent erwollt aber hat leider kein ding keine marke maske einer zufälligen marke unsere 26 wer meckern auf modi wo 4 1 ok es sind zwei level unterschied könnt man machen lmg schaden gut hab ich jetzt zwar nicht aber ja eins als endbossbeutel ok 29 auf 35 ich sollte lernen jeder zu machen kann auch nicht so schwer sein so neue stiloptik achtbar brauche ich zwar sowieso nicht aber so somit muss man die akka nicht kaufen aber ich habe hier die beste ausrüstung in der stadt wir können aber unseren unser schrack verkaufen ich nehme ihnen das gerne alles ab ich lasse ich morgen dass sie hier waren so 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 jetzt gehen wir so zum präsidenten so so Ah, da wären wir. Ich wollte Ihnen persönlich danken. Wenn Sie nicht gewesen wären, wäre ich immer noch in der Hand dieser Hyäner-Arschlöcher. Wir alle sind der Division zu Dank verpflichtet. Für die Opfer, die Sie gebracht haben, um das Land zusammenzuhalten. Sie sind der Door of Deeds, wie Roosevelt sagte. Nun liegt es an mir, Ihre Taten so zu dirigieren, dass Sie allen dienen. Wie Agent Kelso vermutet hat, es wurden Proben eines Breitband-Virus-Daticums nach Washington D.C. geschickt, um die Regierung zu retten. Um es klar zu sagen, es ist ein Mittel zur Bekämpfung von Virus-Infektionen. Polio, Grippe, Dengefieber, Erkältungen, grünes Gift, kein Impfstoff. Ein Heilmittel. Ich weiß, wo sich dieses Paket befindet. Aber, um es zu bekommen, brauche ich die Aktentasche, die ich an Bord der Air Force One bei mir hatte. Wir glauben, dass die True Sons diese Aktentasche im Kapitol haben. Hm. Dann holen Sie sie. Mir egal, wie Sie es tun. Tun Sie es einfach. Wenn wir dieses Land wieder auf die Beine stellen wollen, müssen wir bereit sein, Dinge zu tun, die nicht populär sind. Aber ich will hier keine Wähler gewinnen. Ich bin hier, um was zu tun. Und das erwarte ich auch von Ihnen. Sag dir, ich hocke auf den Schreibtisch. Ich bin hier, um was zu tun. Hocke auf den Schreibtisch. Der, wo immer noch lebt, komischerweise. Der vom Abraham Lincoln. Oder nee, irgendein Präsident halt. Gott, ich schaue zu viele Vermächtnisfilme. Ja, okay. Gibt es hier noch irgendwas, was ich hier tun kann? Hier oben? Nicht? Okay. Dann? Oh, hier ist auch noch ein Ausgang. Geil. Da ist die Darkzone scheiße. Da gehe ich gar nicht hin, sonst kommt der Back wieder. Neu-Dienst, der Feedback-Frisseur, das weiß ich schon. Haben wir schon den nächsten Back wieder, oder was? Achso, er ist Arzt, aber wir haben noch einen Friseur freigeschaltet. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir langsam mal. Jetzt verstehe ich es. Was sehr komisch ist. Dieses GPS, Alter. Ach da. Alter, unser Gesicht ist einfach so hässlich. Ohne Gesichtsbeermalung. Man schaut sich vielleicht ein bisschen nüpfig aus. Kann man das die Farbe ändern? Ich weiß das nämlich nicht. Da kriegst du ein paar Streifen ins Gesicht, Alter. Ein paar Narben kriegst du auch noch ins Gesicht, du hässliche. Und die Narben sind echt geschissen. Huf nicht durch draußen, du Lappen. Entschuldigung. Alles dazu. Das macht die Sache viel besser. Okay. Okay. Ein Adler ist geil. Ich habe entweder die Totenkopf-Rose. Oder dieses Ding da. Schaut ein bisschen aus wie ein Monster von The Witcher 3. Ich will einfach ein bisschen was zeigen. Boah, ist arm, oder? Ich muss mal zeigen. Ich fang oben an. Ich fang oben an. Hey, geht nur eins. Sehr schlau gemacht. Beintattoo. Ja. Oh, grün hat was, Alter. Eigentlich würde ich rot nehmen, aber das rote Schott ist mir zu, naja. Jetzt will ich Intensität drin. Zu dunkel vielleicht. Ich bin aber ein grünes. Die passt zum Gesicht am besten. Na gut, ihr Freund. Wollt ihr mich verarschen? Das kostet Geld? Weißt du was? Hard am Limit, Alter. Wir haben jetzt 3.000... Alter, frisst ihr einfach mal 3.500 Cards ausgegeben. Ja, moin. Hat das jetzt gespeichert? Hä? Ich dachte, wir haben jetzt 3.500... Ach, was? Ist mir echt scheißegal. Ist mir jetzt egal. Ich glaube, ich tue mal die Maske weg. Die geht mir irgendwie auf den Sack. Maske ist nicht so. Da ist jetzt fast noch die beste Brille. Ich rufe dir wieder in eine Hand. Oh. Ich rufe dir wieder in eine Hand.